Hallo und herzlich willkommen bei PokeVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon-Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel, ihr seht es, 151 ist auch heute neben Vista Universe, was wir hier haben, das Thema des Videos. Aber, ihr seht es, ich bin auf einem Shop und das ganz bewusst und zwar bin ich auf dem Shop von Pikamon und ich darf euch an dieser Stelle endlich verkünden, bei Discord habe ich es schon ein bisschen angeteast, ganz kurzer Disclaimer und hier Attention, geht da rauf, kostenlos, kostet nichts, ihr kriegt da exklusive Leaks, Link dazu in der Beschreibung, dort habe ich schon angeteast, dass da etwas in der Mache ist und jetzt ist es endlich offiziell, ich bin gepartnert mit Pikamon und habe einen exklusiven 5% Rabattcode für euch, den ihr nutzen könnt auf seiner Seite für absolute Top-Produkte. Okay, und diese schauen wir uns natürlich heute auch mal wieder an und wir schauen uns die Preise an, bleibt also, wenn ihr euch dafür interessiert, natürlich dran, ich analysiere das, ich habe hier auch noch einige andere Quellen, die ja gute Preispunkte untermalen, mitgebracht für euch, also wirklich absoluter Mehrwert, den ihr bekommt, wenn ihr dran bleibt, also macht es und nicht vergessen, für diese Aktion, für diese Kooperation, lasst ein bisschen Liebe da, heißt ein Kommentar, das würde mich sehr, sehr freuen, das ist mega supportive oder auch ein Like sowie ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und jetzt starten wir rein. Erstmal Pikamon, wer ist das denn überhaupt? Einige meiner Zuschauer kennen diesen Namen schon, ich habe schon öfters bei ihm bestellt, ja auch schon vor einigen Monaten habe ich hier meine ersten Bestellungen aufgegeben, war immer sehr, sehr zufrieden, die Produkte, die ankamen, waren immer in einem Supershape, das heißt, da waren keine Knicke drin oder irgendwelche Dents, das war super und hier seht ihr mal eine Bestellung, die ich am 15.06.2023 aufgegeben habe, ja, damals noch zu Traumpreisen, die haben wir jetzt nicht ganz, aber trotzdem haben wir Traumpreise bei Vista Universe, auf die ich gleich eingehen werde. So, wir sehen hier seine Shop-Seite und hier habt ihr die Möglichkeit, euch mal so ein bisschen durchzuklicken, er hat verschiedene Boosterboxen im Angebot, und ja, hier interessieren uns und mich gerade insbesondere drei Stück, Vista Universe, 151 und Ruler of the Black Flame. So, 5% Rabattcode hatte ich euch ja gerade schon angekündigt, jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache nochmal, die ich festhalten möchte und von Pikamon auch weitergeben möchte für euch. Einige werden jetzt vielleicht sagen, hm, ja, okay, wieso sollte ich denn jetzt gerade zuschlagen, so wie es im Titel steht, wieso nicht zum Black Friday warten. Ich habe Pikamon gefragt, hey, machst du etwas an Black Friday? Er meinte, nein, mir gefällt, und das fand ich so super starke, einfach von ihm und eine extrem starke Message, ihm gefällt der Tag und das, was damit verbunden ist, einfach nicht. Die Message, die man ausstrahlt, dass bei Black Friday alle Angebote, die normalerweise viel teurer von den Shops angeboten werden, plötzlich an einem Tag günstiger werden. Er möchte diese günstigen Preise das ganze Jahr überhalten und deswegen wird er da nichts irgendwie groß rabattiert anbieten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, rabattiert mit meinem Code, tolle Produkte zu wirklich Top-Konditionen einzukaufen. Insbesondere Top ist Vista Universe und Ruler of the Black Flame, aber auch 1.5.1. Wir schauen uns kurz an, wo wir rauskommen würden, preislich, wenn man ein Item jeweils von den jeweiligen Produkten sich shoppt, wie viel man da letztendlich spart. Bei Ruler of the Black Flame, wenn man eine 1 sich kaufen würde, hätte man den Versand quasi fast kostenlos und ist bei 61 Euro pro Display, was billiger ist als auf Card Market. Jetzt 1.5.1. Dort sind wir bei 171 Euro. Kurz zum Vergleich, bei Card Market sind wir momentan, ja, also momentan, das kann sich schnell ändern. Beim Angebot sind wir, hier haben wir nur noch 41 Stück für einen sehr, sehr günstigen Preis unter 160. So, aber das wird sich bald, bald ändern. Ich hatte es euch gesagt, wenn ihr da noch rankommt kurzfristig, dann könnt ihr das machen, aber hier habt ihr das Risiko, eine Boosterbox zu kriegen, die vielleicht nicht euren Ansprüchen entspricht. Ich kann euch bei PICOMON versichern, das Display ist in einem Supershape. Ihr werdet da keine Probleme haben und da kann man dann auch meiner Meinung nach mal ein Premium zahlen. Insbesondere, wenn man sich mal den japanischen Markt jetzt nochmal anguckt, wo dieses Display preislich liegt, wenn man es aus Japan kauft und nach Deutschland einliefern möchte. So, und wir sehen hier nachweislich, das sind bezahlte Preise, verkaufte Artikel, 26.000 Yen, 27.500, 28.000, 28.000, 27.000, 27.800. Okay, sagen wir mal 26.000, machen wir mal 27.000, sind wir schon bei 166 Euro alleine im Einkauf ohne Shippingkost, wenn man aus Japan kaufen würde. Leute, ihr müsst da keine großen Rechengenies sein oder mir da irgendwas unterstellen von wegen, ich denke mir das alles aus. Das ist die Realität jetzt gerade. Ihr habt es hier schwarz auf weiß, ihr könnt euch selber einen Blick verschaffen, der Research, den könnt ihr machen. So, hier seht ihr die Preise, so sehen sie aus. So, ihr kommt also, wenn ihr aus Japan jetzt kaufen würdet, deutlich teurer weg, als wenn ihr hier bei PICOMON bestellt. Ist ein Fakt, würde ich mal meinen. Und bei Vista Universe, ja, was soll ich euch da sagen, ja, also 90 Euro, es ist einfach absolut heftig, ja, also, dass man jetzt noch diese Chance hat. Wirklich, ich kann euch nicht mehr dazu sagen, ja, Leute sagen, ich mache FOMO, FOMO, FOMO und das ist alles Bullshit, was ich erzähle. Oder keine Ahnung was, ja, dass ich das mache, weil ich will mir hier die Taschen richtig schön voll laden. Sicher, ich profitiere durch die Kooperation, keine Frage, wir sind hier transparent, natürlich profitiere ich davon. Ihr unterstützt mich damit extrem, wenn ihr da natürlich was einkauft. Klar, aber Leute, ich gebe euch hier, und das mache ich aus Liebe für diesen Kanal, jeden Tag, jeden zweiten Tag, aktuelle Videos zu verschiedenen Themen, was das Pokémon TCG zu bieten hat. Und, ja, also, ich denke, es ist ein Geben und Nehmen und, ja, so gehört sich das einfach. Und deswegen, ich danke jedem von euch, der sich letztendlich dafür dann entscheidet, hier mal zuzuschlagen. Meiner Meinung nach, und das ist nachweislich so, 13.000 Yen, 80 Euro. Leute, überlegt mal, hier habt ihr 90 Euro, wenn ihr mehrere nehmt, dann habt ihr den Versand easy draus. Seid ihr bei 91, 92 Euro pro Display. Ihr kommt hier nicht, wenn ihr aus Japan kauft, ähm, günstiger weg. Ihr seid da teurer, genauso wie bei 1.5.1. Deswegen, es sind No-Brainer-Picks gerade, meiner Meinung nach, und gerade langfristig. Leute, ja, sicher, das ist ein teurer Preis für ein Display. Und, ja, ihr könnt von diesem Preis dreimal Ruler holen. Könnt ihr ja machen, kein Problem. Hier, dreimal, 180 Euro, da seid ihr auch so circa bei dem Preis für 1.5.1. Natürlich, aber, wo ist das größte Potenzial? In welchen Displays steckt das größte Potenzial? Warum ist das so? Ich habe viele, viele Videos auf diesem Kanal gemacht. Ich kann euch nur raten, schaut euch die an. Macht euch mal ein bisschen Arbeit, wenn ihr geile Investments haben wollt, und Vertrauen in diese Produkte haben wollt, dann müsst ihr Research betreiben. Dann fühlt ihr euch damit auch sicherer und macht das nicht einfach nur, weil der Poké Westmix es gerade empfiehlt. So, dann macht ihr es, weil vielleicht ich euch den Impuls dazu gebe, aber ihr sowieso schon gesagt habt, ja, das ist interessant und das habe ich vorzumachen. Okay? Fine. So, hier nochmal die Seiten. Ihr seht, die Preise nachweislich sind so teuer, wie sie sind. Das sind verkaufte Artikel. Ich denke mir hier nichts aus. Und ich habe Vista Universe in meinem allerersten Video auf diesem YouTube-Kanal am 30.08. schon stark angeworben und ich tue es jetzt noch. Ich habe damals teurer gekauft für 100 Euro. Ich habe für 105 Euro gekauft und das sind auch noch super Preise. Glaubt mir, langfristig, ihr werdet es bereuen, wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist mir zu teuer und ich habe Price-Memory-Effekt und das Ding war bei 82, 75 Euro, jetzt kaufe ich nicht mehr. Leute, Qualität hat seinen Preis. Und bevor ich mir Ancient War, heißt es glaube ich, das Neue, für 50, 55 Euro kaufe, kaufe ich mir lieber für den doppelten Preis ein, wie Vista Universe. 100 Prozent, da gibt es keine zwei Meinungen. So, das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich bin so, so stolz, euch das geben zu können, anbieten zu können. Denkt an meinen Code, den ihr jetzt einlösen könnt, um diese 5 Prozent zu sparen. Poke Westmans 2023 mit einem Ausrufezeichen. 5 Prozent und ihr unterstützt mich damit. Ich schreibe den Code aber auch nochmal unten in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, deckt euch ein, wenn ihr da Bock drauf habt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Situation jetzt gerade aktuell befindet, wie ihr das einschätzt. Ja, es ist natürlich, gestern habe ich ein Video gemacht, heute mache ich eins. Aber Leute, ihr seht ja, wie volatil diese Marktphase gerade ist und diese Produkte. Ja, die Verfügbarkeiten, die nehmen 100 verfügbare Artikel einfach von einem Tag auf den anderen, nehmen ab. Also das ist brutals und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass man diesen Monitoring-Prozess macht und oft Updates gibt. Jetzt bin ich gespannt, von euch zu hören. Leute, danke für dieses bislang geile Jahr, für euren Support. Das ist einfach mein Dankeschön, welches ich an euch zurückgeben möchte. Und ihr seid eine extrem geile Community und es werden Dinge auf euch zukommen, die groß sind. Ich habe eine Vision und mit diesem Kanal werde ich sie verwirklichen. Ich danke euch, jedem Einzelnen von euch, der diesen Traum wahr macht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt stabil und ciao.